Hallo von der Signal Iduna Generalagentur Thomas Wolf. Ohne Ihre Vorfreude trüben zu wollen, Erkrankungen oder Verletzungen im Urlaub kommen häufiger vor, als Sie vielleicht denken. Ob Magen-Darm-Infekt durch ungewohnte Kost oder Beinbruch auf der vereisten Skipiste, wenn Sie im Ausland ärztliche Hilfe benötigen, kann das teuer werden. Die gesetzliche Krankenversicherung bietet keinen ausreichenden Schutz. Mehr Infos und der Online-Abschluss auf kurzelinks.de.